Darauf sind wir auch wieder zurück beim Minecraft. Schön, dass ihr dabei seid. Ich muss kurz gucken. Genau, ich wollte... Eichenholz haben wir ja noch genug. Die Sätze gehen und das Essen bringen gleich nach oben. Ich wollte, glaube ich... Jetzt muss ich echt mal überlegen. Was wollte ich machen? Ich wollte irgendwas holen, ne? Ich glaube, ein bisschen Schwarz-Eichenholz wollte ich holen. Ein paar Steuern kann ich auch schnell wegpacken. Halt, bevor ich jetzt runtergehe. Damit wir da weiterkommen. Da fielte definitiv was. Und dann, glaube ich, auch noch ein bisschen Birkenholz, ne? Ich wollte erst mal die Decke da drüber ziehen. Genau, Dursterin. Wo hatte ich denn die Setzlinge? Hier oben irgendwo? Da. Lass ich ein Schwarz-Eichenholz haben. So, okay. Steuern weg, Birkenholz holen, Schwarz-Eichenholz. Damit das drauf fertig wird. Aber was ich auch noch machen will, noch schnell ein paar Steine hin und aufpacken. Das mache ich sofort. So, die darin. Genau. Die Glottensteuern, die packe ich mal hier mit zu. Die noch über sind. Und das Eichenholz brauche ich definitiv noch. So, Birkenholz. Ja, gut. Ich habe zumindest ein paar Beräder. Ich glaube, es wollen nicht, dass die räuchen. Aber Biesle habe ich auch hier noch. So, Eichenholzstämme. Schwarz-Eichenholzstämme, meinte ich. So, zack. Da sollen zwei reichen. Eigentlich. So, dann packe ich jetzt schnell hier ein paar Steine in die Öfen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Ja, fünf sollte erstmal reichen. Das brauche ich auch nicht jetzt. Das ist für später irgendwann. Das will ich nur schon mal, dass es einschmelzen kann. Damit wir die Keimhauer weiterkriegen. So, den Eimer hier. Da ist noch Farbe drin. Den dort. Eimer acht Stück Rinden. Zack, zock. Rinder. So, hier auch nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sehr schön. Der rin. Dann kann das hier nämlich schon mal alles schmelzen. Das nochmal rin. Sehr schön. Da. Weil wir brauchen ja auch ein paar Cleans zu uns später. Aber wie gesagt, nicht für jetzt. Wir machen jetzt erstmal beim Gasthaus, oder? So, das war's auch schon, ne? Jo. Die beholte ich mal. Falls ich da noch irgendwas ausbessern muss oder so. Dann kann das da erstmal schmelzen. Die restliche Kohle kommt hier wieder rin. Und wir stratzen los darüber. Erstaunlicherweise ist sogar mal mitten am Tag. Obwohl ich mich gerade erst wieder frisch eingeloggt habe. Kommt hier auch selten vor. So. Du hast mich ja ein bisschen wundert. Weil ich hatte ja in Seven Days letztens gefragt. Was euch lieber wäre. Let's Plays mit Cam oder ohne Cam. Dass viele von euch wirklich der gleichen Meinung sind wie ich. Also das hier auf Twitch und so. Ja, aber im Let's Play stört das eher. Der Meinung bin ich ja auch. Aber ich dachte immer, dass es wäre andersrum. Weil halt die Camps auf YouTube und so immer mehr werden. Mich persönlich stört das doch schon ein bisschen. Dass so viele Camps auf YouTube sind. Aber. Ich dachte echt, das ist. Schon normal. Dessen hat es mich doch schon gewundert. Dass viele eurer Meinung sind wie ich. Dass das doch schon sehr schendührend ist. Wo ist das hier jetzt richtig? Warte mal. Ja, ne? Ja. Passt. Gut. Wie gesagt, auf Twitch und so finde ich das schon okay. Da geht es ja auch eher darum, dass man sich mit seinen Zuschauern unterhält. Und da wollen die Zuschauer auch gerne sehen, mit wem sie sich da unterhalten. Kann ich alles verstehen. Ist vollkommen okay. Und auf YouTube, da guckt man aber hauptsächlich eher wegen dem Spiel. Da stört doch schon eine Camp wirklich. Gerade wenn das bei manchen Leuten, wie man so sieht, da schon so ein Riesenbild ist. Und da das halbe Spiel verdeckt wird, da ist das schon sehr störend. Wie ich ja sagte, bei mir ist das eher der Fall. Ich schalte ziemlich schnell bei Leuten, die so ein Riesen-Camp-Bild haben, wieder ab. Weil das halt zu viel vom Bild verdeckt. Da suche ich mir doch lieber jemanden raus, der ohne Camp aufnimmt. Da sehe ich zumindest was vom Spiel. Als andersrum. Aber ich dachte halt immer, ich bin da so ziemlich alleine mit der Meinung. Weil die Camps halt, wie gesagt, immer mehr werden auf YouTube. Aber offensichtlich nicht. Viele von euch sind ja der gleichen Meinung wie ich. Freut mich ein bisschen. Wundert mich aber auch gleichzeitig. Aber gut, so kann man sich täuschen, ne? So, die ziehe ich jetzt auch immer komplett rüber. So. Ich glaube, das Holz wird immer noch nicht reichen. Aber werden wir sehen. Decke muss auf jeden Fall rein. Zock, 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 zock. Oben kommen denn nachher die Zimmer hin. Wichtig ist aber heute erstmal die Decke, damit ich hier die Lampen und so reinkriege. Ich will hier ja Beleuchtung reinhaben. So ist es nicht. So, Tür nochmal. Hier, hier, da, da und da. Wunderbar. Vielleicht hätte ich erst die Decke machen sollen, bevor ich die Tische reinhaube. Ich bleibe hier immer an den Tischen hängen. So, dann ist es erstmal so gut, damit ich nicht mehr herlaufen muss. Diep, 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 diep. Und wie das Ganze der von außen aus sieht, ich denke mal, das wird später gar nicht mal so schlecht aussehen. Wenn das noch ein bisschen infiziert ist. Habe abworte. Im Moment sieht das doch schon eher ein bisschen gummisch aus. Aber ey, das wird echt eng mit dem Holz. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Ich dachte, das reicht. Ich glaube, ich habe alles am Birkenholz mitgenommen, was ich hatte. Ich glaube, da ist nichts mehr. Da nochmal. Aber zumindest hier für den Hauptraum wird das, glaube ich, reichen. So. Da nochmal. Ja, für den Hauptraum auf jeden Fall. Aber hier muss ich auch noch hin. Zack, 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 zack. Genau, das wird eng. Nein, der hier ist schon mal ganz verkehrt. Aber, na. Ich habe ja zum Glück noch ein bisschen Birkenholz. Ah, ich glaube, das wird reichen. Ich mache mal nur die Hälfte. Den haben wir es. Weil die Küche ist ja nicht ganz so groß. Gott sei Dank. Zack, 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 zack. Einmal zu, das Ganze. Ja, die Hälfte war sogar schon zu viel. Das reicht. Da drohe ich. Das reicht. Sehr schön. Hat es doch gelungen, mal ein bisschen was auf Vorrat zu lagern. Wunderbar. Hier sollen mich dann nachher die Lampen rein. Ich habe, glaube ich, sogar noch Lampen einstecken. Warte mal. Postgerade, weil es gerade Nacht wird. Eine Lampe würde ich sagen, ungefähr. Wo ist in die Mitte? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann ist hier die Mitte. Ungefähr hier würde ich sagen. Ja. Ist auch nicht zu hoch und nicht zu niedrig. So. Das räucht hier ja schon als Beleuchtung. Viel mehr brauchen die ja nicht. Das ist nur die Küche. Den räumen wir hier rinnen in die gute Stube. Und hier wird das schon etwas komplexer. Ich hätte auf jeden Fall gerne Lampen über den Tischen. Ah, das wird hier jetzt ein bisschen schwierig. Wollen die Tische natürlich nicht mittig stehen. Ach, das ist schon mal gar nicht. Nee, 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 nee. Oh, der war denn schon richtig. Die muss doch wieder weg. Wunderbar. Hier hätte ich gerne welche über dem Tresen, ehrlich gesagt. Also gerne eine hier an der Kante. Und gerne eine hier genau auf die Ecke. Jo, das geht, das geht. Dann hätte ich hier gerne noch eine über dem Tisch. Jo, und hier selbstverständlich auch gerne eine. Dann haben wir hier ein bisschen Licht drin. Es soll ja ein bisschen düsterer und dunkler aussehen. So ist das nicht. Dann einmal kurz nach oben. Ah, viel sieht man jetzt nicht, nee. Hier oben ist auch noch kein Licht. Ah, es geht, es geht. Ich lebe mich mal kurz schlafen. So, es geht ja da vorne. Gott sei Dank. Dann machen wir erstmal weiter mit außenrum mit der Wand. Und dann sehen wir ein bisschen mal, wie wir die Zimmer einrichten. Es soll ja noch ein bisschen dekorat. Also ich möchte schon so ein bisschen Blumenkästen und sowas schon mit drin haben. Auch außenrum und so. Es soll ja ein bisschen nach Gasthaus aussehen. Das kommt ja alles noch. Sehr schön. Hier fehlt übrigens so eine Tür. So, und hier müsste ich ja dann aber auch noch einmal. Ich dachte, das hätte ich schon. Birkenholz rein. Sehr schön. Tor noch mal. Wunderbar. Da, da, da. Denn hier noch mal. Darauf rum kommt dann gleich noch mal das Schwarz-Eichenholz. Deswegen habe ich es ja mitgenommen. Dort haben wir hier. Zock, 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 zack, zack, zack. So, das ist, hier muss auch noch mal hin. Dohrhin, dohrhin, dahin, 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 dahin. So, das hier wären dann die Zimmer hier oben. So ein paar kleine zumindest. Damit, ich denke mal, ich werde mal hier ein Zimmer hinmachen. Hier ein Zimmer hinmachen. Und das ist dann so ein kleiner Flur. Vielleicht brauche ich hier aber auch noch ein Zimmer hin. Das räuche ich denn jetzt. So viele Zimmer hatten die Gashäuser früher nicht. Ich will nur einmal kurz hier außen was gucken. Wo ist denn hier überhaupt die Spinne, Mensch? Die geht mir ja auf den Senkel. Wo sind die Kerzen? Ja, und hier dann so der Biergarten unter. Das passt, das passt. Das wollte ich nämlich so haben. Hier kommen dann halt auch noch so Tische hin. Hier kommt noch so eine Art Terrasse hin, die ich wahrscheinlich aus dem Sandstein machen werde. Ja, das geht. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, jetzt aber oben erstmal die Wände. Und die kommt wiederum aus Eichenholz. Der muss dort definitiv Wand hin. Genau wie dort. Hier bleibt ihn erstmal offen. Ich meine, da muss später auch eine Wand hin. Sonst wären es ja keine Zimmer. Aber eins nach dem anderen. Fenster müssen ja auch noch rein. Da muss ich bloß mal gucken, wo am besten die Fenster hin müssen. Da muss er wieder rauf. So. Hier hin. So. Sehr schön. Zack, zock, zack, zack, zack. Da auch nochmal lang. Sehr schön. Den gucke ich gleich erstmal, bevor ich die Wände weiterbaue, wo ich am besten die Fenster hin mache. Da fehlt noch so einer. So. So, zack, zack. Da noch hin. Hm, 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 hm. Sie brauchen hier mindestens so ein zweier Bräude. Wenn ich hier jetzt das Zimmer hinbaue, haben die hier genug Platz, ne? Ja. Hm, mal gucken, ob ich hier in die Tür rein. Ah, das wird dann aber ein sehr, sehr enges Zimmer, ne? Aber das kann man, ich will nur kurz gucken, wie das aussieht. Ah, ne, das war doch mal. Das muss ich ein bisschen anders machen. Die Tür muss hier rin. So, und den ziehe ich jetzt einfach bis hier hin. Und dann kommt die zwei wieder weg. Dann kann man hier so eine kleine Schlafkurie machen. Dann ist das hier halt ein kleines Zimmer. Da ist Post. Hier entsteht dann ein großes Zimmer. Zack, zack. Ich glaube, ich mache hier die Tür hin, wo der Baumstamm ist. Zack. Und dann hier einmal durchziehen. Ist das hier ein etwas größeres Zimmer? Dann würde ich sagen, hier nochmal durch. Ah, das wird auch ein sehr kleines Zimmer und ein sehr großer Flur, würde ich sagen. Ja, ich mache das hier. Die ist heute etwas verwinkelt, das Ganze hier. So, drei. Hier dann auch nochmal drehen. Eins, zwei, drei. Vier. Vier. Ah, das wird unsymmetrisch. Das ist nicht gut. Hier halt zum Flur ein bisschen Deko an den Wänden und so ein Kram. So in etwa wollte ich das. Ich muss es unsymmetrisch machen. Dann mache ich das doch rein. Das geht nicht anders. Dann haben wir hier so ein paar kleine Zimmer. Und in den Zimmern hätte ich heute gerne auch Fenster. Da muss ich bloß gleich mal gucken, wie es von außen aussieht. Wenn hier eins reinkommt. Den Post hat mit hier nicht mehr. So direkt am Baumstamm sieht Mist aus. Warte mal. Wenn ich mal einen Moment. Da sind zwei. Ein Fenster reicht ja wohl mal. So, hier hätte ich jetzt ein, zwei, drei, vier. Dann müsste da natürlich auch wieder zwei hin. So. So geht das doch, oder? Ein Fenster hier reicht. Wollen wir noch ein kleines Kugelloch hier rein machen. Ein kleines nur. Oh. Yo. Wollen wir hier auch noch ein zweier Fenster rein? Zack, zack. Dat Post. Und hier. Mal gucken, ob das geht. Da. Wenn wir die von da denn auch. Zwei wegnehme. Da. Da. Ja, hier geht's. Hier natürlich nicht. Hier ist auch nur eine Zwischenwind. Und hier braucht ja auch noch ein kleines Fenster. Mal drei an den Kanten lassen. Mal gucken, ob es symmetrisch wird. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Nein, da muss dann drei rein. Das sieht bloß wahrscheinlich gleich von draußen verboten aus. Hier, lassen wir mal. So, hier auch. Aber hier hätte ich gerne. Eins, zwei, drei. Mal sehen, ob das aussieht. Yo. Und dann mal gucken. Ich hätte hier gerne noch ein zweites. Hier denn so ein kleines Kugelloch oder so. Aber das sieht wahrscheinlich wirklich von draußen verboten aus. Da muss ich jetzt wirklich mal kurz gucken. Sonst wird das nix. Ah. Ah, da muss ich mal gucken. Das geht so nicht. Das ist, ähm. Ich meine, in Wirklichkeit haben zwar auch nicht immer die Fenster oben alles gleich. Aber ich finde, das sieht so, hier geht's. Aber das sieht so verboten aus. Vor allem, wenn das nicht mit Deko ist, könnte das klappen. Oder auch nicht. Da muss man mal gucken. Ich finde, das sieht einfach nur grauenhaft aus. Hier würde ich gerne schon noch ein Fenster haben. Wenn die Fenster nicht symmetrisch sind. Ich weiß nicht warum. Es sieht einfach nur furchtbar aus. Hier hätte ich gerne so ein großes. Ehrlich gesagt. Ja, aber so hat man hier ein bisschen Licht. Ich glaube, das geht, das geht. So, dann schiebe ich hier erstmal das hier zu. Zock, zock. So, Dom. Äh, Dom müsste noch einmal wohl dich gerade sagen. So, hier. Hier, 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 hier. Die werden ja noch eingerichtet. Das ist nicht das Problem. Da das gut aussieht. Dort ist das Problem. So, das Ganze müsste aber mindestens vier hoch, ne? Eins, zwei, drei, vier. Ja. Und da drauf müsste dann nochmal. Und darauf kommt dann näher später das Dach. So, so, so. Hier müsste dazu. Genau, weil sonst sieht das nicht aus. Zack, zack. Und dann gleich mal gucken, wie es von außen aussieht. Hm, 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 hm. Hier hinten. Na. Zack, 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 zack. So. Dortet die wieder hin. Kein Holz mehr? Oh, hä. Das wird eng mit dem außen Holz. Hm, hm. So, zack, zack. So. Da. Sehr schön. Das wird aber echt auch gut. Einer dieser Bäume sehe ich gerade. Ist ja schon gewachsen. Das ist ja schon mal was. So. Ich mache jetzt absichtlich erstmal nur die Außenwände. Um zu gucken, wie es aussieht. Eins, zwei. Komm ich so nicht an, ne? Ja, ähm. Warte mal. So. Hier ruf. Zack. Zock. Geht nicht. Geht nicht. Gut. Machen wir es so. Einmal so rüber. Zack, zack. Da kommt das erste Schafschöne. Das will gleich ein Zimmer mieten. Du weißt aber schon, Schäfchen. Das kostet Geld, ne? 200 die Nacht. Nein, da nicht hin. So. Da, da. Reicht nicht ganz, das Eichenholz, ehrlich gesagt. Schade. Weil hier hinten drin müssen die auch noch. Also selbst wenn ich das, was unten liegt, wieder einsammel. Reicht das nicht. Zock. Zack. Das war's nämlich mit Eichenholz. Gut. Aber jetzt auch nicht so schlimm. Ich gehe mal kurz runter. Jetzt kann man zumindest schon mal gucken, wie es aussieht. Du kommst natürlich wieder weg. Dö, dö, dö. So. Ah, gut. Fenstermäßig ist es natürlich jetzt nicht wirklich hübsch. Da ist es noch nicht fertig. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich das anders machen sollte. Du kommst aber wieder mit. Aber es geht nicht. Der Baum hier kommt ja wieder weg. Das ist ja das Problem. Ist heute mal was Besonderes. Aber es geht, ne? Also. Da gibt es, glaube ich, Schlimmeres. Ejo. Da gibt es wirklich Schlimmeres. Hier muss unbedingt Glas rein. Unbedingt. Jetzt kann ich aber auch einmal kurz schlafen. Den brauche ich noch ein bisschen Euchenholz. Das Ganze muss. Das doch wird nachher noch so eine Problematik. Und das Ganze muss auch noch ein bisschen viel zieht werden. Ich hätte heute gerne da Blumenkästen vor. Und ich werde es wahrscheinlich mit Zäunen machen. das erste zweistöckige Haus. Was wir bauen, ne? Ja. Ich wüsste nicht, dass wir sonst hier schon eins gebaut haben. Gut. Euchenholz habe ich ganze zwei. Das ist natürlich nicht viel. Ihr kommt hier erstmal wieder weg. Ihr seid eh nur dafür da, damit ich Holz kriege. Ist ja gut, mein Junge. Ist ja gut. So. Ach, boah. Was ist denn hier los? Sind die hier unten alle oder was? Ja, weil hier zum Teil Wildernis ist, ne? Immer dieses Geröchel hier. Jetzt komme ich ja nicht mehr hoch, oder was? Hier muss auch nicht noch eine Treppe hin oder sowas. Da führt kein Weg dran vorbei. Tidip, tidip, tidi. So. Ist zwar jetzt nicht viel, aber aber ich brauche zumindest ein Stückchen mit weiter. Doch, gefällt es. Sticky. Doch, gefällt es. Sticky. Keine Setzlinge. Doch. Sehr schön. Einen zumindest. Da das Holz nicht räuchen wird, pflanze ich die gleich wieder an. Mehr Setzlinge gibt es anscheinend nicht. Sind ausgekauft. Cute. Da mache ich doch das bisschen. Zehn Stück. Wow, Alter. Gleich wieder zu bereddern. Die haben doch alle für Stopfung, die Zombies. Kannst du mal erzählen, was du willst, sonst würden sie nicht so rumreielen. So. So. Door hin. Zock, zock. Oh. Gut. Door noch einer hin. Zack, zock. So. Zack, zock. Einmal hier rüber. Sehr schön. Zumindest die Außenwand ist fertig. Der Door einmal lang. Ah, gut. Ich werde noch ein bisschen Eichenholz brauchen. Damit komme ich nicht weit. Aber zumindest die Außenwand. Die hätte ich. Die hätte ich definitiv. Den müsste einmal. Ich will nur einmal kurz draußen gucken. Da muss noch so ein Holzbalken rumgezogen werden. Aber. Dachte ich mir. Ich wollte nicht den Setzling verkommen lassen. Bin damit. Dann kann er so erstmal wieder wachsen. So. Also hier drinnen dürfte im Normalfall eigentlich nichts vor nennen. So. Den brauche ich einmal die guten. Einmal Hochdor. So. Door muss einer hin. Door muss einer hin. Hier stelle ich erstmal die Baumstimpfe hin. Und hier zwischen müssen dann halt auch noch. Einmal Baum. Baumstamm. Sozusagen. Rohholz. So kann man es auch nennen. Door hin. Door. Sehr schön. Door. So. So. Sehr schön. Door noch einmal. Wunderbar. Na so langsam kommt das. Das war mir aber von Anfang an klar. Dass hier eben das Gasthaus etwas dauern wird. Da habe ich noch was. Weil das braucht man nun halt nicht so schnell in der Größe. Und eine halbe Stunde passt dann auch nicht so viel Zeit. Das ist auch der Grund warum ich meistens 30 Minuten mache. Weil 20 Minuten sind mir einfach zu kurz. Da schafft man ja gar nichts. Da hat man ja nicht mal richtig angefangen. Und schon ist die Zeit vorbei. Deswegen 30 Minuten. Keine Ahnung warum so viele nur 20 Minuten machen. Ich weiß es nicht. Ist viel zu kurz. Da braucht man gar nicht anfangen. Das lohnt sich nicht. Wunderbar. Door noch mal. Zumindest reichen die Stämme hier. Zumindest für außen. So. Und hier kommt dann der Herr das Dach rauf. Natürlich müssen innen drin die ganzen auch noch einmal. Hier muss ich mal kurz was gucken. Die Ecke hier müsste eigentlich Baumstamm werden. Aber dann sieht es hier drin scheiße aus. Aber so ist es den. So ist es den. Das kann man nicht ändern. Hier muss Baumstamm hin. So. Damit es hier so vernünftig weitergehen kann. Sack zock. Ah hier kann das da nachher direkt rangehen. Da fehlt ja noch Holz. Also einmal hier. Hier. Zieh das jetzt hier erstmal so weiter. Das war es auch schon wieder. Schwarz hat ja auch nicht gereicht. Gut. Da fehlt ja noch ein bisschen mehr. So ist es nicht. Aber immerhin schon mal außen rum. Mal gucken wie es aussieht. Und das Schlimmste wird später noch das Dach. Das wird wahrscheinlich ein sehr sehr großes Dach. Das ist nur die Frage. Was ist denn ordentlich länger? Die Säule oder die Vorderseite? Müsste ich echt mal zählen. Warte mal. Kurz im Moment. So kommen wir gleich. Die kann ich auch mal wieder richtig hinpacken hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Ist das hier? Das geht ja noch weiter. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Das ist hier. Und da. Ich glaube das hier ist länger. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ocht. Neun. Jetzt hat ich mich verzählt. Oh man. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13. 14. 15. 15. 16. 17. 18. 19. Ja. Sieben. Also schon. Alles klar. Das hier ist die längere Seite. Das heißt. Der Giebel. Muss auf diese Seite hier. Sonst wird das Dach zu hoch. Hier muss der Giebel hin. Das wird trotzdem ein Megadach. Und ich bin auch echt überlegen. Hier zur Abwechslung mal ein Steindach aufzumachen. Deswegen oben auch das Holz. Den postet besser. Aber jetzt muss ich erstmal die obere Etage fertig machen. Glas muss noch rein. Ein bisschen Deko muss noch rein. Zum Beispiel könnte man hier so wunderbar Blumen in die Ecke stellen. Da vorne kann man Blumen in die Ecke stellen. Da auch. Und vor allen Dingen möchte ich hier draußen sehr gerne zu Blumenkästen haben. Und oben genauso. Macht das Ganze dekotechnisch noch ein bisschen besser. Sieht dann glaube ich auch besser aus. Hier kommt dann nachher später ein bisschen Grünzeug hin. Der Weg kommt dann noch ran. Das ist klar. Und hier möchte ich halt gerne einen Weg vorbeiführen haben. Kriegen wir aber alles hin. Sehr schön, sehr schön. Aber wie gesagt. Ich brauche erstmal noch ein bisschen Eichenholz. Ich habe zwar die zwei da wieder angepflanzt. Aber bis die wachsen ist Weihnachten. Ich gucke da vorne nochmal am Strand oder so. Ob da noch irgendwo was ist. An Eichenbäumen. Aha. Die sind beschäftigt mit ihrer Arbeit hier. Ich glaube ich habe dort meiste hier aber auch schon rausgetigert. Da oben sehe ich einen auf dem Berg. Ja. Und wir hatten auch schon sehr lange keinen Besuch mehr von dem Pillage. Mal so angemerkt. Fällt mir gerade mal so auf. Ist hier jetzt natürlich nicht viel. Schwarz-Eichenbäume will ich hier jetzt gar nicht weghauen. Vielleicht später, aber im Moment nicht. Ach, das ist eine Kuh. Ich dachte, da steht ein Zombie. So. Ist das ein Eichenbaum? Ist das ein Eichenbaum? Hier steht ein Lama drum, was mir der Kuh knutscht. Warum nicht? Nennt sich Kreuzigung. Also Kreuzungen. Züchtungen. Nicht Kreuzigung. Boah, Alter. Das war bescheuert ausgedruckt. Das wird ja wohl reichen für den Rest da vorne, oder? So viel brauche ich ja nicht mehr. Jut, den noch einmal rüber. Einmal rüber. So. Da, ich denke, dass es schon reichen wird. Ist ja nicht mehr viel. Und das ist mal, zumindest von der Größe her, ein NPC-Dorf. Ungefähr so in dem Stil. Und von der Größe müssten ordentlich auch die NPC-Dörfer hier im Spiel aussehen. Und nicht diese kleinen Krübeldinger, die so generiert werden. Aber jut, irgendwas werden die Entwickler sich da wohl bei gedacht haben. Sehr schön, sehr schön. Dann mache ich das hier noch einmal schnell zu. Breden. Danke. Zimmer dort hier noch einmal zu. So. Ja, ich weiß. Da ist mir Schwarzeiche ausgegangen. Nein, da doch nicht hin. Du kommst weg. Dann muss ich hier noch einmal ruf. Zack, zack. Ja, das ist Stamm. Gut. Hier, 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 hier. So, woher du mal? Ah ja, da kommt Stamm hin, den ich nicht mehr habe. Den dort noch einmal. Ah, der muss ja frei bleiben. Manchmal ein bisschen irritierend, wenn er noch was fehlt. So, hier dann nochmal. Und hier müsste normalerweise auch Stamm hin. Nein, da doch nicht. Zock, zock, zock. Ah, hier muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Stamm mache. Ich glaube, den ziehe ich hier eher so gerade weiter. Armagogien, das kriegen wir alles noch hin. Erstmal so. Sehr schön. Hat zumindest das Eichenholz geräucht. Ja, hier muss definitiv Stamm hin. Aber hier, den hier so um die Ecke, das ist doch. Den ziehe ich hier, denke ich mal, so gerade weiter. Obwohl das denn mit der Treppe wahrscheinlich Mist aussieht, ne? Haben wir gucken. Da lasse ich mir noch was einfallen. Oder ich mache ihn einfach wirklich hier oben rauf. So, was ich jetzt noch machen will, ist hier erstmal provisorisch auch ein bisschen Licht rein. Du kommst wieder mit. Danke. Hier auch ein bisschen Licht hin, damit es hier nicht zu dunkel wird. So, da noch ein bisschen. Ihr dürft jetzt zwar normalerweise nicht spawnen, aber so manchmal traue ich der Spielmechanik nicht so ganz. Hier ist, habe ich da auch. Nein. Den da nochmal so einen Moment Nase juckt. Immer, wenn ich aufnehme, juckt mir die Nase. Ich weiß nicht warum. So, und hier ist ja. Und die Küche hat er, glaube ich, auch schon, ne? Ja. Das ist sehr schön, sehr schön. Gut, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Schwarzreichenholz. Und dann mal gucken, dann können wir mit dem Docht anfangen. Ich glaube, wofür wir jede Menge Steine brauchen. Und Glas muss hier noch drin. Dann haben wir das ja schon fast fertig. Also wir kommen langsam am Ende. Dann kommt nachher die Deko. Damit der Grundste fertig wird. Mal sehen, mal sehen, wie das noch am Ende aussieht. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Für heute ist aber erstmal Schluss. Schön, dass ihr da wart. Bye, bye. Musik pink Musik Untertitelung des ZDF, 2020